Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Supermarket Simulator. Ich habe natürlich alles wieder aufgefüllt, so wie es sich gehört. Ich habe also zwei Tage habe ich vorgespielt. An einem Tag habe ich dann einfach mal pauschal von jedem von jedem Ding hier einen Karton gekauft. Hätte ich gar nicht gebraucht, weil manche waren dann sogar zu wenig abverkauft. Also wie zum Beispiel das Öl hatte ich dann zweimal da oder was war es denn noch, irgendwie Cola oder sowas hatte ich dann zweimal da oder Erdnussbutter. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das jetzt so angewöhnt, dass ich wirklich immer erst die Kartons noch gar entleere, die oben drauf sind und dann eben meine Bestellung mache, weil oft ist es dann so, dann bleibt noch der ein oder andere Karton oben drauf stehen. Das heißt, ich brauche mir dann nur zu merken, was muss ich nicht kaufen und alles andere kaufe ich dann einfach einmal. Manche Sachen gehen auch locker doppelt, wie zum Beispiel das Wasser hier. Das ist sehr schnell leer und von daher kann man da immer locker auch mal zwei Kartons kaufen. Die Wasserflaschen habe ich jetzt im Übrigen von hier ganz links hier nach ganz rechts, dass sie bei den Getränken sind. Und jetzt möchte ich mal gucken, wir haben jetzt 2263. Ich habe das Licht jetzt mal absichtlich angemacht, schon von Anfang an, weil ich mal den Unterschied sehen möchte. Ich habe nämlich jetzt zwei Tage hintereinander kein Licht angemacht, also ich habe hier im Dunkeln kassiert. War auch mal ganz nett, wenn man nicht sieht, was man hier macht. Und da möchte ich jetzt dann einfach mal den Unterschied sehen zwischen dem, wenn ich das Licht den ganzen Tag laufen lasse. Aber den Mammutteil nehmen tatsächlich die Kühlschränke ein, was die Stromkosten angeht. Ich glaube, die Lampen, die werden mich vier oder fünf Dollar kosten und das war es dann. So, Preise habe ich natürlich schon angepasst. Da ist eigentlich, ja, ich glaube vier Artikel waren es oder sowas. Drei davon konnte ich dann lassen mit dem Preis, weil da hat sich nicht sehr viel geändert. Oh, Entschuldigung, gar nicht gemerkt, dass sie da sind. Äh, null. Jawohl, sackt ein, Leute. Apfelsaft zu teuer und trinken Orangensaft. Man schaut aber zufälligerweise Orangensaft dann hat, wenn er sich bei mir anstellt. Aber das Wasser kaufen. Jawohl, gleich dreimal. Wunderbar. Ja, er stellt sich sogar zu mir. Und, hast du Orangensaft gekauft? Ne, hat er nicht. So, einmal mit Karte. Der Herr, jawohl, 87 Dollar sind. Aber was ich schon festgestellt habe, die gehen von meiner Kasse immer zurück und laufen dann um die Anzeige. Andere Kasse rum. Na, hat sich rumgesprochen, dass ich ein bisschen schneller bin hier mit dem Kassieren. Oh, Salz vergessen. Äh, 1 Dollar zurück, bitteschön. So, aber was ich schon festgestellt habe, die stellen sich tatsächlich da drüben an der Kasse an, bis sie voll ist und erst dann kommen sie zu mir teilweise. So, 54. Und mal gucken, dein Rock ist ein bisschen zerrissen, würde ich sagen. Bück dich ruhig nochmal. Ne, willst du jetzt nicht mehr. Oh, Entschuldigung, ich war abgelenkt. Nicht abgeleckt, ich war abgelenkt. 46. Dankeschön. So, 10 Dollar einmal. Oh, die Twins. Äh, jawohl. Aber die können sich alle keine guten Klamotten leisten, ne? Bei jedem ist irgendwie ein Riss im Jackett oder so. Na, 1 Dollar, bitteschön. Karte, 8 Dollar. Das wenigste, was ich bis jetzt hatte, waren 4 Dollar mit der Karte. Jawohl, spitzes Hösle raus. Ich freue mich schon aufs nächste Update. Jetzt in den letzten zwei Tagen ist hier nichts gekommen, heute auch nicht. Es ist bei mir jetzt seit gerade 12 Uhr, wo ich jetzt die Aufnahme mache. Ich habe extra lange gewartet. Hoffentlich kriege ich das alles noch hin mit dem Schneiden. Ich muss es ja hinbekommen haben, sonst würdet ihr den Fahrt nicht sehen. Tja, und das Rumgehocke an der Kasse ist halt auch nicht gerade sehr toll, wenn nichts kommt. Aber ich will den anderen Kassierer nicht wieder entlassen, weil da haben sich ja auch die Kosten gesteigert. Der kostet jetzt nicht mehr 80 Dollar, wenn man ihn einstellt, sondern 100 Dollar. Von daher sehe ich es nicht ein, dass ich den entlasse und dann wieder einstelle. Höchstens noch einen zweiten Kassierer und dann einstellen. Kann ich aber auch erst, wenn ich Supermarkt Level 20 habe und wir haben 18 Grad im Moment. Wenn ich das da oben jetzt richtig erkenne. So, 5 Dollar back. Na, gib her. 44. Und gerade mal 7.30 Uhr. Ja, stellt euch halt jetzt alle da drüben an. Normalerweise schaut doch immer jeder, dass er die Kasse hat, wo am wenigsten Leute stehen. So, und jetzt kommt keiner zu mir hier. Mach ich euch Angst? Könnt schon sein, ne? Schaust du aber auch recht böse, Mädel. Ja, deswegen stellst du dich jetzt auch da drüben an, weil ich das gesagt habe, ne? So, einmal Karte. 21. 45. So, können wir eigentlich einmal anfangen, dass wir schon die ersten Sachen einräumen. Ich bekomme ja mein Zeichen, wenn sich da jemand hinstellt. So. Was warst du schon? Da war nicht viel drin, ne? So. Bin schon da. Jawohl, passend gezahlt. So könnte sich das. So. Zack. Da gibt es immer sehr viel zu erzählen dazu, ne? Ja. Man räumt halt ein. Man rennt rum. Ja, Entschuldigung. Dann vergisst man seine Kunden. 47. Einmal Salz. Jawohl. Wunderbar. Und auch noch passend gezahlt. So. Und wenn jetzt allerdings der letzte abkassiert ist, dann machen wir natürlich gleich den Break. Ups. Halt. Warte mal. Da war doch bestimmt noch was drin, oder? Ne. So. Alle raus. Gut. Können wir den Tag wechseln. So. 7. 1031. Wunderbar. Ähm. Nur die Spaghetti's. Die Spaghetti's. Ja. Das lassen wir auf 8. Das passt dann schon. So. Halt. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, was jetzt da der Unterschied ist beim Strom. So. 42 und 41,95. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt hier. Diese 5 Cent. Aber wenn man gar kein Licht anmacht, zumindest jetzt bei mir sind es 42 Rechnungen. Und das sind 63 Dollar. Das macht doch schon einiges aus, ne? Das sind immerhin 21 Dollar. Wenn wir das den ganzen Tag brennen, lässt das Licht holler die Waldfee. Okay. Lizenzen. Ich könnte mir sogar da unten schon eine Produktlizenz kaufen. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Wenn ich dann mir auswählen kann, was ich kaufen wollen würde. Aber gut. Wenn, dann geht mir ja der Reihenfolge nach, ne? Also gut. Wir können uns kaufen diese Produktlizenz. Hier. Zack. Kaufen wir gleich mal. Dann haben wir Kuchen, Kuchen, Süßigkeiten, Müsli, Schokoladen, Riegel und Joghurt. So. Dann. Das lasse ich jetzt mal. Wir müssen jetzt erst einmal die Dinger hier noch einräumen, was geht. Und dann bestelle ich nämlich wieder von oben nach unten durch. Und dann schauen wir mal, was wir für die neuen Produkte an Regale oder... Achso. Das habe ich ja schon. Doofmann. Du Doofmann. So. Das Wasser haben wir noch. So. Das Wasser geht auf jeden Fall rein. Dachte ich mir. Schade, dass man nur einen Karton mitnehmen kann. Äh, wo ist er? Da. Kaffee werde ich wahrscheinlich sogar zwei kaufen müssen. Aber erstmal gucken. Ach, da war nur noch eins drin. Äh, ich habe schon in den Kommentaren gelesen. Das ist ein Homer zum Beispiel. Ein anderer YouTuber. Äh, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Könnt ihr einen Gruß da lassen. Ähm. Der schmeißt teilweise volle Kartons weg, wenn das Regal voll ist. Also anstatt, dass er dann das irgendwo lagert oder sowas, schmeißt er den Karton einfach komplett weg. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Also ich meine, das muss er eher selber wissen, ne. Ist ja seine Entscheidung. Aber er schmeißt halt im Grunde Geld in den Müll, ne. Mein gut, man hat es jetzt hier nicht unbedingt eilig. Es fehlt ja noch einiges von dem Spiel. Da ist man jetzt nicht auf jeden Cent angewiesen. Aber wenn ich einen Laden zum Beispiel noch ausbauen möchte, dann wäre es schon gut, wenn man Geld sicher ein wenig anspart. Würde ich jetzt mal sagen. So. Salz. Auch schon wieder leer. Ja. Nudeln muss ich definitiv zweimal bestellen. Einvolles. Zweimal muss ich die auf jeden Fall bestellen, ja. Wenn nicht sogar dreimal. Spaghetti. Auch zweimal bestellen. Und Basmat hier. Okay, da reicht einer. Also aber jetzt gehen wir mal. Also wir brauchen das rote Cola, den Tee und das Olivenöl brauchen wir nicht. Dann schauen wahrscheinlich bestelle ich es doch. Nudeln müssen wir auf jeden Fall zweimal bestellen. Wasser, Käse, Kaffee. Ist jetzt wurscht. Das sind zwar 10, aber ist egal. Tee. Mehl, Olivenöl. Spaghetti. Basmati. Habe ich schon wieder vergessen, ne. Achso, das rote Cola war es noch. Ja. Kauf. Kauf, Kauf. Auf. Das da. Apfelsaft. Wasser. So, und dann haben wir hier Kuchen, Regal, Regal, Regal. Okay, und der Joghurt kommt in den Kühlschrank. Okay, den Joghurt können wir dann auf jeden Fall kaufen. Da würde ich sagen, machen wir dann gleich mal. Es sind immer 30 Stück drin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel da rein gehen. Jetzt machen wir mal insgesamt das hier. So. Jetzt weiß ich gar nicht mal, was ich gekauft habe, ne. Ja, man ist dann einfach so im Einkaufen. Der ist schon offen. Gleich beschweren. Auch schon leer. So, Joghurt. Joghurt kommt halt jetzt halt neben den Käse. Okay, so 15, 15 Stück. Also ein Karton für zwei Reihen. Dann passt hier, dass ich drei Stück bestellt habe. Hätte ich sogar noch einen vierten bestellen können. Ah ne, passt schon. Drei Stück. Nehmen wir den gleich noch. Dann machen wir das gleich fertig. So, halt. Preis wollte ich gleich machen. Ähm. Zwei. Machen wir zwei. So. Die Coke. Ja, passt schon. Taucht schon. Äh. Doch. Hat schon gestimmt. Na, bleibt so liegen. Dann Milch. Ich muss nochmal auch gucken, was die, ähm, was der nächste Ausbau mal kostet. Äpfelsaft. Äpfelsaft. Aber ich glaube, da werde ich, wenn ich unter 2000 wegkomme, oder mehr sogar. Wahrscheinlich wesentlich mehr. Das Wasser. Habe ich da jetzt zwei bestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein. Alles offen. Jetzt. Ups. Gut. Dann. Eier. Da sind wir. Oh. Darf ich sogar noch einen Karton kaufen? Ne. Ist egal. Ich kaufe jetzt da nichts mehr nach. Bloß weil ein so ein Ding fehlt, ist jetzt egal. Toll. Der Zucker. Dann haben wir O-Saft noch. Jo. Passt. Wunderbar. So. Gleich haben wir es geschafft. Oh. Da werde ich wahrscheinlich nochmal eins brauchen. gucken. Aber es ist halt auch jeder Tag anders. Ne. Da wird mal das mehr gekauft und mal das mehr gekauft. Ups. Schauen wir mal. Na ja. Wenn nicht dann. Schmeiß einfach da in die Ecke das Salz noch. Und dann schauen wir mal wie wir die Regale noch unterkriegen. Oh. Der ist leer. Ich hätte jetzt gedacht da ist noch was drin. Gut. Dann haben wir das fertig. Passt schon. So. Jetzt haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf Artikel. Kuchen haben wir 15. Ich denke mal, dass wir von jedem zwei Stück kaufen können. Jo. Das passt. Dann haben wir immer noch 2500. 500. Und dann brauchen wir Regale. Ähm. Drei Stück, ne. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Weil wir haben immer zwei Produkte. Also kauf nur drei Stück. Warum hast du jetzt vier? Drei Stück bitte nur. Kaufen. Geh gleich wieder hier drauf. Dann haben wir immer noch 1900 über. Das ist doch schon mal gut. Gut. So. Jetzt geht's los. Jetzt kann ich nämlich die Sachen nicht mehr so easy da hinschmeißen. So. Wir können jetzt hier erst einmal am Ende der Kassen können wir immer jeweils ein Regal. Ich bin mal gespannt, ob die hier durchkommen. Äh. Wir können natürlich auch hier welche hinstellen. Guck mal. Du bist hier ungefähr. Zack. Die stellen wir jetzt halt mal Rücken an Rücken. Da kann ich halt jetzt die Sachen nicht mehr draufschmeißen. Ne. Da ist jetzt vorbei. Dazu müsste ich, wenn dann, den Laden ausbauen. So. Müsli. Dann müsste dann aber dieses Müsli wahrscheinlich auch noch mit dazu. Dass wir die beieinander haben. Aber jetzt packen wir erst einmal hier das Ding voll. Dann der Kuchen. Mögen wir den da mal rein. Oh. Da gehen aber viele rein. Oh. Da gehen aber wirklich viele rein. Da brauche ich gar nicht zu viel kaufen dann. Ähm. Warte mal. Die Bonbons. Dann würde ich das erstmal da hinschmeißen. Müsli. Und das ist Schokolade. Schokolade passt aber auch da nicht so dazu, ne. Puh. Das Regal gefällt mir nicht. Aber gut. Wir können jetzt erstmal hier reinpacken. Okay. Ein Karton ist einfach. So. Wenn ich das Müsli hier raus tue. Was ja eigentlich sinnig wäre, dass die dann nebeneinander sind. ne. Dann könnte ich hier. Dann könnte ich da eben diese Bonbons rein tun. mal schauen wie ich das echt mache. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier nochmal ein wenig mit den Regalen rum schiebe. So. Der letzte noch. So. Da oben drauf geht es nicht mehr, oder? Doch. Das geht sogar. Dann wären hier jetzt halt einfach mal die Bonbons. So. Dann haben wir. Achso. Das ist der gleiche Kuchen, ne. Kann ich auf jeden Fall nochmal. Ach da. Da. haben wir den nächsten. Oh. Da gehen auch viele rein. So. Und nochmal Kuchen. Okay. Also. Zwei Kuchen, zwei Kuchen, ein Müsli, ein Bonbon, eins zu, eins zu, ein Bonbon, ein Müsli, zwei Schoki. Und dann sollte das eigentlich passen, hoffe ich. mit zweimal Bonbons. Eher dreimal, ne. Machen wir noch einmal Bonbons hier. Dann haben wir neun Stück. Immer noch 1700. Gut. Dann wird das dann auch noch verräumt. Jetzt überlege ich eben nur, wie ich das machen kann mit den Regalen. Wie ich das umstellen kann. Puh. Schwierig. Weil hier an der Kasse ist es nicht gut. Also die würde ich jetzt eher dann da noch mit herstellen. Moment. Das muss schon passen. Wäre jetzt wieder zu früh mit dem Klicken. So. Dann wäre das noch frei. Okay. Die Leute gehen ja hier trotzdem noch durch. Das reicht ja. Aber ich möchte den Ausbau haben. Ich sehe schon, wir müssen das nächste Mal den Ausbau machen. Verwaltung. Wachstum. Wachstum. 2.600. Alter. 7.000. Okay. Wir brauchen 7.000. Ich bleibe auf dem Markt. 8. Ja gut. Das heißt für mich auf jeden Fall ein bisschen vorspielen, dass wir das das nächste Mal machen können. Und dann werde ich sehen, wie es hinhaut mit den Regalen. Weil dann können wir das Ganze nämlich vielleicht nochmal ein bisschen strecken. abbrechen. Ich werde mal ein bisschen rumprobieren. Kann ich eigentlich so ein Regal auch mal außen hin platzieren? Kann ich nicht. Abbrechen. Ich kann das nicht abbrechen. Ist das blöd. Das war so perfekt da gestanden. Wenn ich das wieder hinkriege. Ah. Äh. Nicht wirklich, ne? Naja. Ist egal. Passt schon. Mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht die Kasse auch noch ein wenig hinterschieben oder sowas. Wobei mir das ganz gut gefällt, dass die hier so mit der Tür abschließt. Mal gucken. Und Vorratspackungen oder sowas. Wenn ich sie jetzt halt nicht oben drauf schmeißen kann, dann würde ich sie halt einfach hier daneben stellen. Was anderes kann ich dann eh nicht machen. Und ich versuche sowieso, dass ich möglichst immer dann das Regal halt vollräume. Und nur wenn was übrig bleibt, dann eben weg damit. Also dann halt oben drauf schmeißen. Ansonsten. Mal gucken. So. Der ist jetzt zum Beispiel leer. Da muss ich jetzt halt nicht nochmal den Kuchen kaufen. Dann passt das. Vielleicht kann ich das irgendwie deichseln, dass ich das so hinbekomme. Dass ich immer das Regal halt voll habe. Und wenn dann mal drei, vier, fünf Artikel fehlen, dann ist es halt so. Dann brauche ich nichts im Vorrat kaufen. Und notfalls kann man ja immer noch die Kartons dann auf eins von den Regalen schmeißen. Das wäre ja auch machbar. So. Gut. Dann soll es das gewesen sein für heute. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für das viele, viele, viele Feedback, was ich von euch bekomme. Es freut mich immer riesig. Ich versuche auch immer auf jeden Kommentar zu antworten. Seht es mir nach, verzeiht es mir. Sollte ich es mal nicht schaffen und zumindest nur darauf reagieren beim Herzchen. Es ist halt einfach nur eine Zeitsache. Ich kann mittlerweile in der, in der Früh sitze ich tatsächlich eine Stunde, bis zu einer Stunde da, um Kommentare zu beantworten, E-Mails zu beantworten oder irgendwelche sonstigen Chatnachrichten. Also seht es mir nach, wenn ich da nicht immer dazukomme. Okay. Ansonsten würde ich mich freuen über ein Like, über Kommentare. Nicht vergessen ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.